So, noch eine klitzekleine Pause geht's weiter. Verräter unter uns. Jetzt sind wir vom Knast. Gottlosen Rebellen. Neben dieser Litanei des Bösen hat er sich angemaßt, Lord Hastings, unseren geschätzten Kämmerer zu töten. Sir Galahad ist ein Verräter, ein Mann ohne Ehre und Skrupe. Ich bitte den Rat, die härteste Strafe zu verhängen. Ich bitte den Rat um Nachsicht. Vergessen wir nicht, was Sir Galahad über die Jahrhunderte für den Orden getan hat. Vielleicht kann unser Ritter gerettet und auf den rechten Weg gebracht werden. Der Ritterkommandant zeigt zu viel Nachsicht. Die Beweise gegen den Verräter sind erdrückend. Ich habe Sir Galahad mit der Rebellenanführerin gesehen. Ich war zu weit weg, um sie klar zu verstehen. Aber sie schienen sehr vertraut zu sein. Sie verließen ein Etablissement, das Rebellen beherbergt. Sir Galahad erwart eine Audienz mit dem Lord Kanzler und mir. Er brachte eine Reihe sinnloser Beschuldigungen gegen die Vereintes Indian Company vor und schien entschlossen, Lord Hastings zu finden. Holen Sie Lord Hastings! Lord Hastings! Sie haben den Häftling als ihren Angreifer identifiziert. Sir Galahad drang spät in der Nacht in unser Hauptquartier ein, begleitet von der Rebellenanführerin und ihren Leuten. Ich war nicht sicher, dass der Mann, den ich verfolgte, Sir Galahad war, bis ich seinen Mantel fand in der Nähe des Rebellenverstecks. Als ein Kommandant versuchte ich, ihn von seinen Behauptungen abzubringen. Jetzt ist klar, dass er meinen Rat nicht befolgt hat. Sie setzten meine Wachen außer Gefecht und drangen in meine Gemäche ein, um mich zu ermorben. Wir fanden Lord Hastings verwundet durch die Hand des Häftlings. Er muss gerade stehen für seine Taten. Gletschow. Verehrte Ritter, wie befinden Sie den Gefangenen? Schuldig. 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 Sind da alles bei Lappen hier. Nur Mitläufer. Schuldig. 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 Die Strafe ist der Tod. Naja, da ist das Spiel längst wieder vorbei. Oder auch nicht. Das ist jetzt... Aha, alles los. Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Luhig, mein Freund. Ach, das ist hier... Barfinder. So. Da kommt schon noch eine geile Waffe mit. Das muss er selbst entscheiden. Hier, mein Freund. Trinken Sie. Bester Mann. Zwei Tage später. Ihr sind jetzt schon zwei Tage, so können wir ihn nicht hier lassen. Ich habe getan, was ich kann. Es liegt echt an mir, ihn jetzt zu schützen. Ich werde ihn rufen, wenn er das hier überlebt. Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. Sie müssen bei uns bleiben. Schögerl. 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 Hier, vielleicht ihn abschmeckt. Es war gut, mich herzubringen, Nikola. Oh, jetzt kommt es auf einmal wieder. Viel mehr kann ich nicht tun. Ganz London ist auf der Suche. Ach nein, das ist hier die indische Perle. Das ist wahr. Wir kümmern uns um ihn. Es wird sich zeigen, ob er es schaffen kann. Einmal acht Tage später. Und wenn ich zu lange vor bin, schöpfen Sie Verdacht. Was, wenn Sie es schon wissen? Sie haben genug getan. Überlassen Sie das von jetzt an uns. Ich habe noch so vieles zu erledigen, Lady Lakshmi. Bitte, sorgen Sie sich für ihn. Ich fürchte ohne ihn, habe ich nichts mehr zu erledigen. Ich habe mir wirklich eine Chance. Zweiter Tag im Dezember, also drei Tage später wieder. Da habe ich ja jetzt schon... Wann war es? Am 18. Zwei Wochen gelegen? Sie sind wirklich niemand, der leicht aufgibt. Wo bin ich? Sie sind in einem Versteck am Flussufer. Sie hatten fast zwei Wochen lang das Bewusstsein verloren. Kommen Sie. Wir müssen wieder zurück nach Whitechapel. Die Regierungstruppen suchen Sie überall. Wie haben Sie mich gefunden? Danken Sie, Nikola. Er brachte Sie her und bat mich um Hilfe. Nikola. Woher kennen Sie Nikola? Er soll Ihnen selbst erklären, wie er zu unserer Sache steht. Nikola ließ das für Sie hier. Er dachte, Sie könnten Sie brauchen. Hier sind ein paar nette Spielereien dabei. Ich habe ein paar nette Spielereien dabei. Gut. Gehen wir. Das Beispiel gucken. Blehe noch weit, Schabo. Wer tut denn hier unten jetzt rumkriechen? Gehen wir weg. Sie kommen durch den linken Tunnel! Jetzt sind wir in Ruhe. I'll be back. Mehr Wachen. Sie kommen durch den linken Tunnel. Ja, der Rest ist ja zu. Scheiße, ich habe leer. Oh nein. Habe ich auch eine Waffe? Nicht genug. Haben die anderen hier was? Oh, jetzt hier. Das war aber herrscharf. Oh nee. Hä? Was ist denn da hin? Hä? Dann kann man keinen Auerkampf machen. Gehen jetzt keinen Auerkampf? Und? Einverstanden. Seien Sie bereit! Die Schüsse kommen von mir hinten! three ficar zum Leute! Kommt mal niemand getroffen! Ohh! Pollen Sie auf! Ich geb die Munition mal aus! die steht da ziel erledigt was man hier hat das muni die will ich nicht haben und bloß die spielzeugknarren mit oh hier ja jetzt haben wir endlich wieder da kommen wir ein stück nach white zu spät baby lady e grain es scheint mehrere personen hier gewesen zu sein so gelahed hatte wohl hilfe meldet dem rat dass wir seine spur gefunden haben jeder verfügbare ritter soll nach whitechapel kommen ja malady das ist mein zeuge ich werde die rebellion beenden ist aber zonisch alle mann weg hier los wir müssen verschwinden es ist nur eine frage der zeit dass die regierungstruppen whitechapel stürmen und jeden mann und jede frau gefangen nehmen nehmt was er könnte und geht ich muss im palast noch etwas erledigen haben sie den verstand verloren der palast ist der letzte ort wo man sie sehen sollte ich muss nikola da rausholen das bin ich ihm schuldig alistair kennt sie er recht ist damit dass sie kommen ich weiß dann gehen wir gemeinsam nein diesen kampf muss ich durchstehen allein wenn ich morgen noch lebe werde ich euch finden oh das wurde wieder eine hin und her geballert wissen sie denn nicht ich bin kein retter mehr ein ritter sind sie nicht monsieur doch sind sie ein verräter oder ein patriot wie hätten sie es denn gern marquis ich glaube sie haben gründe für das was sie tun zwei revolutionen lehrten mich dass auf beiden seiten gefahren lauer das vergesse ich nicht marquis das sollten sie nicht monsieur wenn sie die sache der freiheit gefährden müssen sie lafayette zu ihren erzfeinden zählen adieu monsieur bis wir uns wiedersehen das werden wir mein freund um ein leben zu retten ich ahne schlimmes ich ahne schlimmes wollen sie schon gehen also wissen sie noch wer ich bin ich muss ihnen wohl einiges erklären und ich hätte ihnen vertrauend sein keine zeit für höflichkeiten sie können es wohl kaum erwarten drauf zu gehen ich muss das in ordnung bringen egal in welchem preis dann nehmen sie das und kommen sie in einem stück wieder meine königin hat gefallen an ihnen gefunden auf geht's ach nikola das ist hier der ja der typ hier ja mit den erfindungen was haben wir denn jetzt hier die jungs haben schichtende nikola bitte kommen ich bin in den katakomben unterwegs zu ihnen ich bin gleich bei ihnen nein du die hier 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 Oh, der erkennt man doch gar nichts. Ah, ich was auch hier. Aha. Nein, jetzt haben wir überbrücken lassen. Verdammt. Überall sind hier solche Hainis. Zack. Wieder schön krach gemacht. Jetzt haben wir hier. Haben wir nichts. Ja, aber die Waffe, da brauchen wir die nicht. Da brauchen wir die auch nicht. Seht mich da noch gar nicht. Boah. Kommen wir mal hoch jetzt. Alter, ich treff gar nicht. Oh, noch mehr. Oh, was ist das für Änderung? Ich sitze aber langsam knapp hier mit der Munition. Ich trage uns im G Rechte von Imbêtzen! Nein, ich sage mich. Die Helme geschossen! Was ist denn du hier eigentlich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ne, fuck! Oh ne, fuck, ey! Was? Oh, ist zum Fansen. Ja, und dann muss ich die alle nochmal jetzt... Oh ne, was? Und eine Granate, ne? Oh Gott! Scheiße! Oh nee! Oh, ich treff die nicht. Kamera ist aber uffiisch beschissen. Ach! Verteid! 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 Hm... Verdammt! Nein! Es sieht einer hier aus. Lade nach! Der Stammte Eindringling, Mann getroffen! Der Stammte Eindringling, Mann getroffen! Alter, wie viel denn noch? Wir gehen die Munition aus! Der Stammte Eindringling! Der letzte Heine Eindringling! Der Stammte Eindringling! Ah, Fett! Der Stammte Eindringling! Der Stammte Eindringling! Das schießt ja. Oh, Fett! Oh, Fett! Nein! Oh, meine Fresse! was ist das ich sehe gar nichts weg hier oh Junge oh komm hinterher scheiße ich bin nicht mehr scheiße Wie kriege ich denn diesen Idioten dann weg? Ja, dahinter komme ich ja in Uni. Ach, so eine Scheiße. Ich gehe rein. Kein Vorsichtig. Ja, klar. Ach, so eine Kacke. Ja. Das ist dieser Haini. Ja, das war, wie das noch immer kommt. Da muss ich eigentlich erst mal die Waffe ein bisschen aufbrauchen, ja. Warum? Meine Fresse, ey. Ah, es ist halt. Die machen das schon immer so, dass der genau weg sich duckt, wenn ich dort drauf ziele. Und ich gleich wieder keine Munition mehr habe. Wie geht's? Ah, das war völlig klar wieder. Wie lange wirst du denn noch in Deckung bleiben, du Hörni? Boah, nervt. Ja, schön. Und jetzt? Alter, was ist denn das für ein Scheiß-Trick? Ach, ich kann ja noch mal zurück hier. Vielleicht finde ich hier was. Aha. Eine Granate. Am besten noch eine Rauchgranate. Was haben wir hier noch so? Wenigstens auch die Pistole oder sowas wäre auch nicht schlecht, wenigstens. Gar nix. Gar nix, gar nix. Nix geben sie mir. Ach, verdammt. Wo ist er? Halt, was behalten wir? Muni. Ja, okay. Fast. Hier haben wir welche. Fast. Gut. Ah, kurz Päuschen. Ah, kurz Päuschen. 源uze δεν ist forever. Arten, ist das für das mudar? Genau. Oh, meinen Punkt. Made to Sid. Au rebt. Vielen Dank.